Das ist die Bewegung. Der goldene Fasad steht auf dem linken Bein. Und eins und zwei. Beim ersten hier und eins, Block. Ich könnte, wenn ich wollte, jetzt hier schmeißen. Lassen wir mal weg. Und zwei. Stoß mit dem Knie, Block. Gleich nochmal. Und eins und zwei. Einmal. Eins und zwei. Das ist die Bewegung. Der goldene Fasad steht auf dem rechten Bein. Das ist im Prinzip dasselbe wie der goldene Fasad auf dem linken Bein. Wie bei jeder Anwendung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte ich hier meinen Fuß noch heben, hier nach vorne gehen, stechen, schlagen oder zum Hals greifen. Das sind alles noch Möglichkeiten, die in der Anwendung drinstehen. Das ist die Bewegung. Das ist die Bewegung. Das ist die Bewegung. Das ist die Bewegung. Das ist die Bewegung.